herzlich willkommen meine willkommen hier ist wieder euer abon hier ist wieder euer xrp newsletter vielen dank fürs vorbeischauen und einschalten ja starten wir gleich rein ich habe wieder für euch heute mächtig geile news dabei rundum xrp und schauen wir uns davor aber erst mal den markt rund um den crypto markt an und zwar bitcoin hier nähert sich wieder volle kanne richtung all time high also seinem letzten all time high ethereum hat sein all time high wieder mal gebrochen also es ist richtig krass geil was zurzeit wieder los ist solana hält sich wacker über die 200 dollar xrp vor kurzem bei 1 15 also 1 15 also xrp ist auch wieder mehr in wallungen wie gewohnt und polka dort natürlich auch wieder brutal 51 über 51 dollar der gesamtmarkt also die gesamt marktkapitalisierung ist bei 2,73 billion dollar als es ist einfach heftig und es zeigt uns auch wir nähern uns dezember januar werden wahrscheinlich die heftigsten monate werden was die pams angeht wer weiß wer weiß mal schauen scheiße gerne in den kommentaren wenn ihr genauso denkt oder vielleicht auch anders vielleicht werden wir keinen pump erleben das kann natürlich auch sein aber ich male den teufel mal nicht an die wand ja und hier crypto wertungen mehr wie 13.500 also es ist heftig und hier komme ich aber jetzt zu meinen worten passt auf passt auf leute es sind so viele scammer dabei ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen es wird erwartet dass mehr als 120 millionen us dollar gestohlen worden sind ja es geht um die crypto währung squid game ja hier sieht man's game over es ist aber eigentlich nicht zum lachen zum beispiel hier streamer beobachtet wie seine ersparnisse auf null sinken nachdem der teppich von squid game token gezogen und um minus 99 99 prozent gefallen ist also guck wir uns das einfach mal geschwind hier an so dem market cap ist 2.168 trillion dollars und na ja also ich glaube zwar nicht dass er hier seine gesamten sparnisse dort eingeballert hat als content creator und crypto streamer oder youtuber egal wie man sehen möchte sollte man natürlich mehr ahnung von dem ganzen haben bleibt fern bleibt fern von solchen bekackten scam coins die wohl wirklich nur ein beschiss ohne ende sind bründe was nützt euch das ganze bleibt vor dem ganzen fomo weg so weit weg wie es nur geht bleibt einfach weg macht nicht das was die masse sagt macht vor allem nicht was die medien euch sagen ja bloomberg und weiß der geier wer alles dieses squid game token promotet hat und halt einfach werbung dafür gemacht hat und dann wird es um 99 99 prozent einfach so gedammt einfach so gedammt ja das geld ist weg ihr bekommt es nicht wieder ja aber hey jeder macht was er will wir sagen es euch auf jeden fall zigtausende mal dass sie von solchen points einfach fern bleiben sollte die einfach mal keine ahnung innerhalb der woche hunderttausende von prozenten machen ja kipptowährungen mehr wie 13.500 und die richtigen zukunftsträchtigen sage ich mal sind die top 20 ja es kann natürlich sein ja weil eben in solchen coins wie shiba inu und dogecoin mehrere milliarden reingepumpt werden dass die natürlich auch die unter den top 20 sind also darunter wie zum beispiel der hashgrave oder tesos ihren höhepunkt natürlich noch nicht erreicht haben aber ich hoffe ihr wisst was ich meine schaut einfach die fundamentalen analysen an ich sage es euch immer wieder und hoffe dass aus meiner community und jeder der wurde es hört und sieht ihr geld nicht in solchen bitcoins wirklich sich so leicht aus der tasche ziehen lässt ok freunde also kommen wir mal jetzt zu etwas interessanterem und zwar der one and only xrp ledger also xrp er anwendungsfälle förderung innovativer technologien weil es ist einfach das gesamtpaket macht es aus bei ripple mit xrp macht es einfach das komplett gesamtpaket aus ja hier mikrozahlungen entwickler verwenden dass xrp ledger um innovative produkte für spiele inhalte und web monetarisierungen zu entwickeln unter anderem für anwendungen bei denen die währung im mittelpunkt steht dann kriptowährung wollets private und öffentliche passwörter zu speichern und mit verschiedenen blockchains zu interagieren um digitale assets einschließlich xrp zu senden und zu empfangen dann börse freunde die börse nicht blockchain assets wie aktien und etfs rohstoffe ihr könnt sie verwenden auch und auch einfach handeln damit ja kaufen verkaufen dann stable coins natürlich ebenfalls sind auch mit dem paket dabei die integrierte dezentrale börse decks von xrpl ermöglicht den nahtlosen austausch neutraler kontrahenten freier digitale vermögenswerte zu und von ausgegebenen vermögenswerten einschließlich stable coins nft markt brauche ich nicht erklären die frei brauche ich wahrscheinlich auch nicht erklären und natürlich was ich persönlich denke das steckenpferd in diesem ganzen sie wie die sie ist die sie wie die sie ist was in naher zukunft wirklich noch mal explodieren wird so und dann hier unternehmen und projekte die auf dem xrp ledger laufen und freunde also hier xrpl anwendungsfälle ja nicht würde wird oder sollte irgendwann mal nein es sind schon reale anwendungsfälle da es gibt unternehmen und entwicklerprojekte auf der ganzen welt die das xrp ledger nutzen um interessante probleme in einer vielzahl von branchen und anwendungsfällen zu lösen und hier sind dann natürlich ein paar partner bitgo mit vermögensverwahrung bitpay zahlungsabwicklung ja oder coil web monetarisierung die hat die zahlungskanäle der xrpl bieten ein ideales system für die schnelle und kostengünstige abwirkung dieser mikrozahlungen also brutal was hier einfach in diesem gesamtpaket drin ist hier auch noch mal bei vermögensverwahrung sicherheit auf unternehmensebene von bitcoin ermöglicht es unternehmen digitale währungen wie xrp in neue und bestehende finanzsysteme zu integrieren was völlig up to date ist in der heutigen zeit ja online spiele geldbörse und plattformen geldbörsen und apps ja hier es ermöglicht jedem jeder art von vermögenswerten zu senden zu empfangen zu handeln und zu verwalten also xrpl also ripple und xrp einfach bombe bombe hier musik infrastruktur unser zweites steckenpferd sozusagen odl und einmal liquidität hier natürlich xrpl labs anwendungen von cold storage bis hin zu apps zum signieren von transaktionen widmet sich xrpl labs der erstellung von software auf dem xrp ledger und natürlich dann auch die sicherheit natürlich die darf natürlich nicht fehlen das und vieles mehr ist exakt ist der xrp ledger meine freunde deswegen ripple xrp ist unvermeidbar das ding der zukunft und natürlich mit meinen worten wie ich es immer sage das freundliche skynet ja der friendly skynet es wird einfach bombe und hier wollte ich euch nochmal halt xrp ledger auch vorstellen odl haben wir uns natürlich auch schon mal angeschaut und jetzt kommen wir mal zu weiteren news hier war schon heute geben wir bekannt dass wir rapid xrp also wxrp ab dezember offiziell auf der ethereum blockchain unterstützen werden xrp ist das native asset des xrp ledger also freunde hier auch wieder einfach richtig bomben geile idee was ripple hier gemacht hat ja sie werden natürlich von der ss aufgehalten somit auf vielen anderen börsen ja die xrps eingefroren und was machen die die hauen jetzt im dezember einfach ein rapid xrp auf ethereum blockchain basis raus und wieso ist es einfach eine geile idee weil diese rapid xrps 1 zu 1 mit den normalen als originalen xrps gedeckt sind das heißt umso mehr rapid xrps im umlauf sind auf dem ethereum blockchain umso weniger xrps gibt es dann auch noch ja also xrps werden ja dann gekauft und halt umgewandelt also übelst übelst geile sache xrps lässt sich hier von niemandem auffallen und keiner sau ja und was hat es zur folge ripples xrps umsatz stieg im dritten quartal auf 491 millionen us-dollar jetzt hätte ich mich fast verplappert ripple hat laut dem q3 bericht des unternehmens einen anstieg seiner xrps verkäufe um 211 prozent gegenüber dem vorquartal verzeichnet das wachstum wird auf den erfolg des on diamond liquidity also odl dienstes von ripple zugeführt der xrps als brücke zwischen fiat währungen verwendet und das ist wirklich nur der anfang leute nur der anfang so ein pipifax von anstieg was hier natürlich schon richtig viel ausmacht es ist aber trotzdem noch auf groß auf das große und ganze gesehnten absoluter kurz im tornado laut aschers bilder dem general manager von ripple net macht odl nun ein viertel des gesamten dollarvolumens des netzwerks aus die mit hilfe des dienstes durchgeführten transaktionen sind im letzten quartal um 130 prozent gestiegen oder erlebt jedoch in den usa aufgrund des verfahrens der security den exchange kommission gegen ripple praktisch keine anziehungskraft die programmatischen verkäufe des unternehmens sind seit dem vierten quartal 2019 passiert was bedeutet dass es keine xrps an crypto börsen verkauft ja wie vor kurzem halt erwähnt lösen die das mit dem mit den rapid xrps natürlich alles trotzdem minimal und eine notlösung was trotzdem einfach übelst heftig ist weil wir jetzt einfach auf ethereum blockchain ja eigentlich xrps haben und wenn die ganze show großgeschrieben wirklich show einfach mal vorbei ist hier mit der ss dann kommt noch ein heftig brutaler großer kräftiger markt noch mal hinzu für odl für ripple net für den xrps ledger also es wird es wird heftig und meine freunde hier zum fluss noch mal wieder mal einfach geile news um amazon herum und somit auch indirekt oder vielleicht auch direkt für ripple aber so ein web service will die abwicklung und verwahrung von kriptowährungen in die cloud bringen der richtige kandidat wird die art und weise verändern wie unternehmen mit crypto stable coins cbdc's und nfts handeln heißt es in einer aws stellenausschreibung ja das kommt mir doch bekannt vorher nfts stable coins cbdc's es brodelt in der gerüchte küche auf jeden fall hier der mit spannung erwartete einstieg von amazon in digitale assets wird voraussichtlich eine art zahlungstoken einen sogenannten amazon coin beinhalten der auf früheren stellenausschreibungen basiert ja ich glaube es war für von vor paar monaten also dieses jahr noch wo hier natürlich amazon schon mal stellenausgaben herausgebracht hat in dieser richtung in der zwischenzeit wird die anpassung von aws an seine infrastruktur an dinge wie die verarbeitung und verwahrung von kriptowährungs transaktionen wahrscheinlich als ein kluger schachzug angesehen werden den auch ibm tut wir wissen auch wie nehmen sie hand in hand mit unserer vertriebs teams lösungs architekten unabhängigen software anbietern und systemintegratoren zusammenarbeiten helfen sie bei der bereitstellung von lösungen die kunden zu einem durchgängigen underwriting für digitale vermögenswerte transaktionsverarbeitung und verwahrung in der cloud bewegen sagte die aws stellenanzeige ja ich habe ich natürlich nicht lumpen lassen und habe mir hier mal die aws partners angeschaut und was den meine geschulten augen hier aws partner profil ripple ripple net einfach mit ripple net glaube freunde das ganze wird hier mit durch nenn es wie du es willst ripple net mit ripple xrp einfach aufgebaut und dann irgendwie auch umgesetzt ja also hier werden dann natürlich auch die positiven eigenschaften von ripple beziehungsweise ripple net aufgeführt und ihr seht es einfach schwarz auf weiß also einfach richtig geil richtig geil und ich freue mich wirklich auf die nahe zukunft was wir hier noch wirklich miterleben dürfen und wie sich xrp beziehungsweise ripple hier entwickelt also freunde vielen vielen dank fürs zuschauen fürs einschalten ein daumen hoch ein kommentar nicht vergessen und nicht vergessen investiert klug euer awon ciao ciao